Ein wunderschön guten Tag zurück bei Hogwarts Legacy. Wir haben hier eine Kleinigkeit zu tun, würde ich sagen. Wenn ich das so sehe. Denn hier leben unfreundliche Wesen im Wald. Wir mögen keine unfreundlichen Wesen, deswegen werden wir uns dieser unfreundlichen Wesen mal auf unfreundlichste Weise entledigen. So, ich bevorzuge wieder einen Vorsprung. Die sind aber alle innerhalb dieser Burg, glaube ich. Das ist nämlich keiner. Schade. Ja gut, dann müssen wir rein. Komm, ist der irgendwie hoch? Hallo, Homura. Da freuen wir uns mal den Knudelmuff. Komm, was ist denn schön aus? Du bist dasselbe ein Wilderer? Du bist da auch ein Wilderer? Du bist da auch ein Wilderer? Du bist auch noch eine blöde Kuh, bist du? Eine blöde Kuh Wilderer? Oder eine blöde Wildkuh? Du bist eine blöde Wildkuh, jetzt haben wir es. So ist es nämlich, so ist es doch. Du bist eine blöde Wildkuh. Der wird mich hier nicht aufsteigen lassen, nee. Irgendwann hier auf der Mauer nicht aufsteigen lassen. Schade. Ja toll, ich kann hier nicht landen, dann kann ich gegen diese Spinnen auch nichts machen. Das ist noch was, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Da habe ich aber glaube schon erwähnt, dass dieses Landen halt nicht so funktioniert. Dass es manchmal Stellen gibt, wo ich mir denke, warum soll ich da nicht landen können? Was spricht da dagegen? Wenn ich oben auf einer Zinne landen möchte, dann lass mich doch. Aber das Spiel möchte das manchmal nicht. nicht. So. 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 hat er gedacht hat er gedacht hat er gedacht ja 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 doch dann habe ich mir jetzt vor leider falsch gedacht habe es gemacht binne dort hier sind richtig viele irgendwie von den kiste drei meter um die ecke kommen wir schon die nächsten Oh, 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 oh. ich treffe ja gar nichts doch jetzt wo sie noch mehr sind die los kein dankeschön für den unbekannten durch gerettet hat wiederum können muss ich schon mal kloppen davon sind schmetterlinge ich folge jetzt den schmetterling kraft wie weit fliegen die denn das wäre komplett umgeben von feinden potenzial konflikt ok ok hier hat es eventuell ein paar sicherliche inferi-dinge hallo hühnchen was hat sie unter mir für welche ach wölfe ich laufe einfach durch den wald und mach blöde menschen kalt wie der zum beispiel ok jetzt noch irgendwo einer ich hole mir den kopf so gar nichts den tod holen sie dir jetzt ist schluss mit der wilderei gott sei dank nun ist es vorbei mit der wilderei ich glaube den mache ich auch jedes mal wieder das ist auch irgendwann vielleicht ein bisschen nervig aber nur ein bisschen so haben sie hier vielleicht haben sie hier wo ich war schon das war schon die schon skandal wir haben die zentrauch unter dir ausgeräumt so haben wir auch nicht gewertet freunde spiel zwischen leber und milz passt die mehpilz so komm doch her komm doch her wo bist du direwolf klatsch klatsch Ich rutsche immer ganz, ganz aus Versehen. Ich mache das mit Absicht. Es ist immer aus Versehen, dass ich da unten beim Durchblättern auf den unverzeihlichen Flüchen lande. Ich will das gar nicht. Es tut mir dann auch immer ein bisschen leid. Aber ich will das gar nicht. Das soll mir später keiner sagen. Ich wäre so ein unverzeihlicher Bösewicht. Ich will das gar nicht. Ich wollte auch einfach nur ein bisschen mich verteidigen und so. Aber vermutlich, wie sie... Ja, hier schon. Macht's kaputt, genau. Recht euch. Recht habt ihr. Recht habt ihr. Nichts mehr gefallen lasse hier vorne in den Knilchen. Merlin, Merlin, Merlin. Was ist das hier noch? Trollbekämpfung. Und dann für den Gargol. Ei, hier hat's ja immer noch Neve-Missions, gell. Jede Menge von den Side-Missions. Und so sage ich, ein Banditschlüsschen. Aha. Mit Ort all der Magie. Ich bin da jetzt mal grad spontan, bin da jetzt neugierig geworden. Also eben, eben war ich's noch nicht, gell. Und jetzt im nächsten Moment, kurz sind aufgepasst. Neugierig. Rocknumpollo. Kann man eigentlich irgendwo über... Man kann schon erscheinend überhaupt nichts drüber fliegen. Ne. Es ist bis ins Universum gesperrt für Luftdekusse oder so. Können Sie ein bisschen Schwung holen. Ach Mann. Das ist so hinderlich. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ich fliege doch ausrum. Jetzt habt ihr mal nicht so. Nee, was ist so empfindlich da? So, das ist das komische Spinde da auf da unten, das wir schon befreit haben. Wo sie alle dumm waren. Und dank mir sind sie jetzt hochgebildet. Weil ich sie geredet habe. Sie wurden gesehen. Ach, aber sie ist hier schön. Muss ich ja auch mal sagen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja, gucke ich mir mal an. Ich bin jetzt ein geiles Typ. Aber jetzt musst du mir erst einmal erklären, was ich hier zu tun habe. Aber das Wasser sieht richtig kalt aus. Es riecht richtig kalt aus hier. Das ist ein bisschen Richtig, richtig frosen. Nur ohne Joghurt. So. Das gleiche ich mir mal kurz für meine Bemühungen. Das ist wichtig. Ich habe es mir verdient. Ach, guck mal da. Ganz hier hinten haben wir hier auf einmal so ein so ein Rollcontainer. So ein Container, wo man was reinrollen kann. Diesen Rollcontainer. Und gucke mal hier. Wer hätte es geglaubt? Oh nein. Zack. Er hat die Wauer durchbrochen. Zack. Er ist dran hängen geblieben. Mühevoll über Jahre haben kleine Menschen diesen Stein in den Hang hinaufgerollt. Um dort ein großes Kunstwerk zu erschaffen. Da kommt so ein blöder Deppenschmeißen wieder runter. Das ist wie die Schnecke, die über Tage eine Straße überquert und dann kurz vor dem Ziel sich nochmal umdreht, nochmal zurückblickt und nochmal zu sehen, was sie geleistet hat. Und in dem Moment wird sie von einem Menschen entdeckt und in den Blickrichtung über die Straße getragen. Passiert natürlich nicht, aber so stellt es mir schon im Mund. Wer ist so witzig? Wisse sie, ich fände es sehr nice, hätte sie in Demi Guys. Ja, ja. Süßel, 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 süßel. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, das habe ich doch verstanden. Das habe ich doch verstanden. Jetzt ist doch mal gut, ich muss mal hier kurz ein bisschen klopfen. Ich gehe doch so nicht hier und bitte hacke. Ne, ich habe nicht. Ach, geht doch mal. Die das schon mal hier war. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, la, 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 la. Ich habe dich demige es geht jetzt mal richtig dass ich jetzt hier was ich dachte ich könnte jetzt hier das ist ja wie so ein uffzug passiert aber nix passiert halt nix ist alles draußen da oben ist ja gar nix money money make the world ground ja wie nah soll ich noch ankommen verzauberte vogelscheuche ja du bist du bist einfach nur dumm so da ist aber da ist noch eine drin oder war es nicht ein turmzimmer oder einfach hier auf dem dinge wo jemand richtig gewesen sie ist nicht so albern aus was haben wir denn hier ein dem demigeis da habe ich doch gewusst dass es hier irgendwo einen gibt entschuldigen sie dass ich mal ihr ganzes geld mit nehmen und ihre klamotten klaue hausbande das ist ja toll und wo ist hier dann auch da ohne in der ecke ohne scheiß sitzen dem demigeis ja dann wollen wir doch mal kurz warten demigeis 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 du bist der letzte scheiß demigeis ich nehm dich mit nur dass du's weißt hallo hast du zeit mir bei einer dringenden lieferung zu helfen ja eddie ich habe doch den brief an die schon gelesen die hilfe gebrauchen ja kann ich gestatten eddie thistlewood woran hast du das gemerkt was mit seinen verteilen am ende denn rennrock und seine anhänger greifen sein dorf unablässig an daher habe ich zwei kisten chinesischen kaukohl geschickt aber sie sind verschwunden äh ja sie haben kisten mit kaukohl geschickt gegen rennrocks bande ja natürlich ich kenne mich mit pflanzen aus und ich glaube dass die koborde durch die vielen wilden pflanzen so genervt sein werden dass sie feldcroft einfach in ruhe lassen könnten sie die beiden kisten ausfindig machen und ihren inhalt an meinen freund bernerten die liefern ich kann meinen laden gerade nicht verlassen warum greifen kobolde feldcroft an eben das doch ist für sich abgebrannt also ich glaube dass sie etwas suchen aber in letzter zeit sind sie aggressiver wissen sie vielleicht wo die kisten sind soweit ich weiß wurde eine südlich von feldcroft gesichtet die andere soll südlich von brockboro sein in der nähe des flusses ah ja könnten sie nicht einfach mehr kaukohl anbauen oder kaufen das schon aber das würde zeit kosten zeit die wir nicht haben denn rennrocks schergen werden jeden tag gefährlicher außerdem geht es ums prinzip ich habe diesen kohl angebaut und er ist außergewöhnlich okay also gut ich werde ausschau nach zwei kisten mit chinesischem kaukohl halten oh danke ich werde bernard bescheid sagen dass er den kohl vielleicht doch noch bekommt ich sollte jetzt gehen danke und übrigens sie sind dumm klingt nach ärger in feldcroft mal wieder vielleicht sollte ich helfen ja vielleicht sollten wir das in der nächsten folge tun ich mach mir da schon gar keinen stress mehr beim letzten mal feldcroft schon abgefackelt also was soll da noch groß sein ähm puh ja aber irgendwas ist ja immer ne ähm ähm müden sag ich euch nächste folge geht es weiter so